Was hört ihr von Wahnsinn? Ich bin nicht in Prison. Wüsst ihr des Wahnsinns? Die Frage, ich konnte sie nicht so ganz deuten. Ich glaube, ich habe Wahnsinn verstanden, oder? Ja, ich habe irgendwas ganz Merkwürdiges gehört. Also irgendwie, nee. Ich habe noch davon Pfeifen auf den Ohren. So nicht, Herzilein. 5,2 wieder an derselben Stelle wie letztes Mal. Okay, dann komme ich aus dem B-Block mal raus. Ja, hier ganz hinten am A-Block wieder oben. Genau wieder wie letztes Mal. Ich komme. Keine Orbs. Ganz hinten, oder? Ja, genau. Oh, ich gebe mich auf den Mund. Ich schmeiße in dem Vorraum mal meine Items hin und dann hole ich mal anderen Item-Kram, ne? Mhm. Oh, EMF kann ich ja nochmal anmachen. Ich habe hier aber noch keinen. Keinen am Parabol? Ne. Ne, hatte ich auch nicht. Aber noch hier vorne noch ein Stück ist? Ne, glaube ich nicht. Okay, ich dachte immer, wir müssen irgendwie gefühlt alle diese blöden Finger aufmachen. Ich mache hier unten auch schon mal, wenn wir nach links runtergehen, schon mal die Zölle auf, falls wir nachher ein Bedrängnis kommen sollten. Die zweite machen wir auch schon mal auf. Ja. Und die dritte auch. Genau, falls Sven wieder vor der Tür. Durch der Ruckharten ziehen? Die Tür vor der Nase. Ich hau dich gleich. Sven ist echt übel manchmal, ne? Hier können wir uns auch in dem Raum hinter dem Schreibtisch verstecken. Ich finde, ihr seid beide bei 60. Ja, wir kommen ja mal an, Muschi. Ich nehme jetzt eine kleine Pille. Ui. Dann nehme ich mir erstmal einen Kruzi mit und einen Box. Muschi, Muschi. Und einen... Ne, warte mal, Box lasse ich hier. Ich nehme erstmal einen Kruzi mit. Ja, Kruzi ist am besten, glaube ich, erstmal. Und dann nehme ich einen Dots und eine Kamera mit. Ich nehme gleich ein Buch mit. Mäuse, möchtest du gleich erstmal Tarot und Knochen fotografieren? Ja, das kann ich machen, gerne. Ja, Tarot-Card musst du Sven fragen. Knochen ist oben irgendwie im Direktorzimmer da irgendwo. Tarot-Card liegen im Eingang links in der grünen Kiste. Ja, schon gesichtet. Ich warn you. Ich warn you. Wir werden jetzt keine Karten gezogen. Würde ich nie machen. Ja. Wann habe ich den Parabol auf... Wann habe ich den Parabol aufzusehen genommen? Siehste. Ich hatte auch Parabol mit. Vielleicht habe ich das auch aus Versehen. Das und das. Also, jetzt schlägt man das. Wirst du schon... Wirst du gleich Räuchern mitnehmen, weil wir näher räuchern sollen? Oder Fingerabdrücke erstmal. Ja, oder so. Ich würde erstmal sonst mit der Sentitivität, die wir noch haben, erstmal schnell gucken, was er so macht. Und dann können wir ja nachher noch hochgehen. Ja, weil... Ist genau da wohl letztes Mal auch, ne? Ja, da ist auch Parabol vor und so. Hier hinten ganz okay. Das ist der Highest Priest. Ziehst du jetzt Karten? Nicht dein Ernst. Das war ein Scherz, Mann. Über sowas machen wir keine Scherze. Doch, in dem Fall schon. Ich fand das witzig. Hat der was, oder? Sicher, dass er da oben ist? Ja, schwör. Wieso denkst du, er ist unten? Nö, ich mein nur so. Nee, kann ja sein. Oben hatte ich ja Atem, alles gut. Ich muss nur schmunzeln, weil du in letzter Zeit sehr oft sowas anzweifelst. Also was nicht negativ gemeint ist, aber... Und ich weiß, dass du denn, äh, unser Herr wäre es deswegen. Dass ich was? Du bist so ganz unsicher. Ja. Ich guck zumindest denn nochmal nach. Ah, bist du hier? Wo bist du? Bist du hier? Bist du hier? Wo bist du? Bist du hier? Wie alt bist du? Wo bist du? Wo bist du? Bist du hier? Wo bist du? Alles klar, Box haben wir. Boxcheck? Boxcheck. Ist das der erste Beweis? Ja. I think so. Ja, Ops hatte ich ja nicht. Und hast du oben gesprochen oder unten? Ich hab hier oben. Ja, okay. Kann ja sein, man weiß ja nie hier mit den Baggerluten. Eins, vier. Eins, sieben. Zwei, sechs. Drei, eins. Hat der irgendwie schon so, dass... Er hat die Tür angekrabbelt? Ja, hier, die hier. Wir sind auf drei. Drei, eins. Ich hatte das schon wie so ein... Wie im Uin. Also das... Drei. Eins, acht. Drei, sieben. Okay. Drei, eins. Also keine Fingerabdrücke. Doch, Fingerabdrücke. Oh. Sie sind richtig gut, glaube ich. So, wir haben Ultraviolett und Box. Antom-Mimic. Äh. Wir haben aber keine Ops gehabt, ne? Also keine Mimic, schon mal raus. Antom oder Poltergeist? Phantom wird, glaube ich, ähm... Gefrier, glaube ich, ne? Gute Frage. Ja. Ne. Was ist das für Tom? Dots, Dots. Tom wäre Dots, ja. Oh, dann können wir ja draußen stehen und warten. Geil. Pool-Items, ne? Items. Wie lang die Wege hier auch einfach sind, ne? Wir müssen nachher noch einmal da oben räuchern. Ja. Auf zum Atem. Da-da-da-da-da-da-da-da-da. So. I'm singing in the rain. Oh. Wheel of Fortune. Da-da-da-da-da-da-da-da-da-da. Da-da-da-da... Komm mir aus, noch ziehen. Da-da-da-da-da. Dendi muss auch Fotos machen dran. Hab ich schon. Hast du schon, okay. Ja, ja, Knochen hab ich auch. Von Lassen. Hast du's gezaubert? Ja. Mit Tower. Uh, ist eingesperrt. Geil. Gleich macht Sven wieder so Hanging Man. Das hatten wir gestern, ne? Ja, stimmt. Ja, ja. Das war unschön. Freu dich, ich hab die Karte noch nicht in meinem Repertoire. Ich auch noch nicht. Mach mal eine Sanity. Oh, 5 und 5, wir sind alle gleich, ne? Wir haben Phantom oder Poldi, ne? Ja, ich guck gleich noch mal kurz nach Orbs hier. So, und ihr sagt, die Kefria ist eh raus? Oder was hat ihr denn gesagt? Wegen Mamek? Death. Genau. Hat Death gezogen, ihr müsstet ihn sehen können. Es sackelt. Es sackelt im Karton. Ja, ein Kind. Und wieder. Ich hasse Kinder. Der mit dem nicht. Der ist ja immer da oben, ne? Die töten ganz schön viele Kinder im Risen. Ich mag keine Kinder. Eben F ist raus. Orbs ist raus. Also Buch oder Dots. Hat der mir Bescheid, wenn die aufhört zu flackern? Es hat schon aufgehört zu flackern. Warte mal. Er ist aber noch auf 10. Ja, ich glaube, dass er unten noch rum eiert. Er kommt ja aber nicht bis zu mir hier vorne, oder? Nö. Ich will genau, tot. Zieh ich noch ne Karte gleich. Ja, noch ist auf 10. Hand ist ganz schön lange, ne? Ja, Cursed Hand. Das ist, äh, da woher ist das Cursed Hand? Stimmt, ist voll lange. Ah, da, da, da. Guck mal, jetzt kommt der Lio. Jetzt kommt er wieder zurück. Wo ist die Funzel aus? Und? Zu Ende. Das ist mein ganz letztlich. Uh. Da kommt die Musik. Geh mal nicht weiter, ne? Ne, ich hab ein bisschen das Gefühl, dass wir ein Buch haben heute. Hast du das Buch vor die andere Kamera gelegt? Ich glaub, sie, also, kommt dort irgendwie da. Ich hab noch ne Kamera dahin gelegt, ähm. Ich hab. Weiter hin. Ich hab ein Feuerzeug mit, ne? Ihr bräuchtet also keins mehr mitnehmen. Das ist doch mein Zu, oder? Äh, nö. Die ungekippte Leute. Ich glaub, die ist ungekippte, nicht. Ach, hau doch auf. Haben wir im Zellenblock eigentlich irgendwie die Möglichkeit, Licht anzumachen? Ne, glaub nicht. Central Control Unit hab ich hier. Aber eben was Grünes. Ja, wo ich gerade irgendwas hab ich da... Sagst du Bescheid? Ist hier ein Donut? Hm? Da, da. Ach so, aber das ist... Ach, vielleicht auch nicht. Dazu kann man auch ein bisschen dort von anders an. Das war das hier. Echt cool, ne? Von der Reichweite auch ein bisschen geiler als nur die... ...Randkamera. Also. Und die kann ja nicht umstoßen. Nämlich Sanity. Geh nach oben und guck, ob er ins Buch geschrieben hat. Habt ihr gerade ne Tür aufgemacht? Und räucherst da. Ach ja, das auch noch. Ja. Aber macht das Sinn, wenn du vielleicht da mit Räucherstäbchen... Das ist cool. So ne Frage für einen Freund. Habt ihr eben ne Tür aufgemacht? Nein. Nein, wir sind im Van, Bruder. Wo bist du denn drauf? Sven ist gerade bei dir auch drin da. Ich bin gespannt. Sven, du bist bei 4%, ne? Was bin ich? Du bist auf 4%. Warum das denn? Willst du... Weil du hast Tarotkarten gespielt, Nasenbär. Ja, er läuft bei mir. Dann handelt er ja gleich, Jenny. Achtung. Ja, ich weiß. Ich warte, bis er rauskommt. Sven? Ja. Kommst du raus? Muss ich? Ja, weil Jenny möchte da noch überleben. Er jagt mich sonst gleich. Dann ist Jenny schon wieder tot. Und Jenny bitte vielleicht im Prison auch mal überleben. Ja, es wäre schon nicht schlecht. Weil sonst habe ich nämlich noch was bei mir. Stirbt am häufigsten, steht er denn nachher Prison. Prison. Auf dem ersten runden Tisch im Block habe ich jetzt meine Sachen hingelegt. Gut. Licht ein Kruzi. Du kannst auch deine Hose ablegen. Licht ein Kerzenständer und Feuerzeug. Zieh es unten. Licht oben eins. Oben liegt ein Kruzi. Das habe ich vorhin schon reingebracht. Ja, Rand. Jetzt fände ich auch auf 0. Ich kann verstehen, dass er in einem Arsch knabbern will. Oh. Er zerrt an der Tür. Ich. Schon schlecht, dass er einen zweiten Schlüssel hat, ne? Wir müssen ein Geisterfoto machen heute, ne? Ja, los, Sven. Ja, du. Nee. Ich bin schon bei 0. Die kleine Mataroka, ne? Vielleicht kriege ich ja Sanity dazu. Das könnte schein, ne? Ich weiß nicht, ob es noch oben ist, weil hier oben sehe ich keinen Geist mehr. Das macht die Sache irgendwie gerade nicht besser. Was soll ich dann machen, wenn er gleich woanders spawnt? Licht ist aus. Fertig. Zacka. Hier ist meine Karte, ne? Ich mach das. The Moon. Pool. Ja, wenn er will. Ach, ne Karte. The Hermit. Uh, sexy. Ah, noch eine. Bis dann. Du bist wieder auf 99. Geil. Check. Dann würde ich das so hast. Da kannst du mit Jenny reingehen und gucken, ob der Geister da oben ist. Ja, warte. Ich hole nochmal Räucherwerk dazu. Ja. Bumsch. Räucherwerk und noch irgendwas. Nee, Kerze brauchen wir nicht mehr. Salz nehme ich noch mit für die Fotos. Amara ist drin, ne? Ja. Glaube ich, oder Jenny? Okay, dann nehm ich jetzt zweimal Räucher mit. Und einmal Salz. Wie viel hab ich denn jetzt nachher nach der Pille? Du hast doch 86, 87. Alles klar, Attacke. Das mögen wir. Es kommt die Musik auf der Townshend. Nicht singen. Bist denn jetzt so? Nicht singen. Du kannst nicht immer alles haben, was du möchtest. Ich möchte nicht singen. Du sollst ja auch nicht singen. Ich singe ja. Ja, das macht die Sache ja nicht besser. Doch. Wohl. Aber er ist oben gespawnt eben, oder? Beim zweiten Mal nicht. Ich hab' nicht gesehen. Oh, ich hab' auch jetzt gerade ne Tasse oder sowas gehört. Ist oben sowas drin? Oh, hier hat er'n Computer angemacht. Alle Computer an? Waren die vorhin schon an? Ja, die waren schon an. Ja, die gehen mit dem Strom quasi an. Hier unten liegt schon was auf dem Fußboden, aber das kann vom Rand noch kommen. Da hat er'n eingeschwert, soll ich gesagt haben. Ah, du hast noch Atem hier oben. Wir sind da nur 1,1 Grad. Gott, hab ich nicht versprochen gerade. Wir haben F2. Also Geisterbuch oder Dotz? Dotz ist es so gar nicht, irgendwie? Ja, Buch auch nicht. Kein Buch. 1,3. Oh, warte mal. Das hier? E-MF-3. Achso. Also E-MF ist raus. Es ist nur um Geisterbuch und Dotz. Achso. Aber Buch hat er nicht. Dotz, oder? Hand. Hand. War ein Event, oder? Ne, ist ein Hand. 10, 10, 10, 10, 10. Komm rein. Ist auf 0. War doch ein Event. Der kam ganz hinten aus der Zelle. Ja, sag ich ja, da hatte ich ja auch diese... Vielleicht müsst ihr denn das nochmal nach hinten packen. Ja. Immer das zweite Kruzzi mit hoch. Und das Buch quasi. Können wir mich? Mit nach hinten nehmen. Und Jenny hatte ja noch... Mäuschen hatte ja noch eine zweite Kamera. Fleck kann das direkt vor das Buch legen, dass man das von hier aus sehen kann. Ja, das stimmt. Das ist eine gute Idee. Scheiße, ich bin voll. Scheiße, sagt man. Ich glaube noch... Mein Räucher liegt oben. Das ist schlecht. Ja, das ist schlecht. Man, das war echt gemein, oder? Fand ich. Ja. Er hat das Kruzzi auch nicht angeknabbert bei dem Hand vorhin, oder? Ja, oder nicht. War das eine richtige Hand? Oh. Ne, ist auf 6. Das ist ein Event. Das hier den Geist, das ist ein Foto-Bahn. Ja, ich hatte keine Kamera. Er lief genau auf mich zu. Er hat mich echt verscheucht gerade, ne? So, und das Buch ist ganz hinten? Ganz hinten kam der Geist raus. Okay, aber das habe ich schon so weit. Ähm, da stehen. So, das müsste eigentlich so gehen. Die Kamera von vor dem Buch ist, äh, 6. Hast du hinten jetzt die Dots rangemacht? Ja, die Dots sind jetzt hier in der Mitte. Die habe ich weiter... Aber das reicht, ja. Nur noch weiter? Ne, das reicht. Kannst du einmal... Ne, ich kann auch räuchern. Ich sehe, ob da gehackt ist. Ne. Ne? Ja gut, dann kann ich aber auch nicht mehr machen. Vielleicht ist ja irgendwo in der Zelle drin oder so. Ich habe ja in der Zelle ganz hinten jetzt. Das hier ist ein Grad jetzt in der Zelle. Ja, dann kann da nochmal drinnen räuchern. Unten war noch ein Räucher, ne? Da, wo du jetzt drinnen bist? Ne, hier liegt ja noch eins. Warte, hier, ne, hier war ein Grad. Warte mal. Guck nochmal. Die Mäuse ist ja doch bei 43%. Ja. Ja, wir haben Kruzis liegen. Alles gut, ich mache mir im Moment keine Sorgen. Jetzt, Töte? Ne. Ja, dann lassen wir das. Ich gehe runter. Ja, kommt raus. Das müsste ein Hardzang. Gehuntet. Gehuntet. Mhm. 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 Er hat mich gefunden in der Zelle in der Bett. In der Zelle keine Chance. Hast du die nicht zugemacht? Doch, die war zu. Ich hab sie auch gemacht. Du bist dann reingekommen. Ach, scheiße. Als ich die Tür gehört hab, wusste ich, dass ich tot bin. Ja, ist dann so, ne? Ja, und cool, ne? Ah, schürt. Ich bin zwar kein Fan von der Bett, aber... Mäuste, du bist bei 10%. Ja, alles cool. Die Frage ist ja, er hat wieder kein Kruzi genommen, ne? Das heißt, die werden falsch liegen. Das war... Das ist ja... Es war ja auch vorhin... Der liegt auch geräuchert und das war nicht... Wir hatten jetzt den Cursed Hunt und danach hatten wir noch einen normalen Hunt, ne? Und der hat jetzt schon wieder... Ist aber ein Cursed Hunt, ne? Hast du gezogen? Mhm. Achso. Er blinkt sehr selten. Ja, er ist tatsächlich kaum. Er ist viel unsichtbar. Er ist ein Phantom. Geh ich stark von aus. Ja, also ich hab auch... Meine Flings ist auch so ein Phantom. Ähm... Du, dass vielleicht... Du darfst vielleicht verkehrt sind, weißt du? So, in dem Sinne. Das müssen wir auch richtig leuchten, leuchten. Wo ist denn? Es geht verloren, da. Alter, Hand ist da lange. Oi. Och, na, toter Frau. Ach, da war's ein bisschen. Noch eine Hand. Ja, Dennis ist eben auf... Dennis ist nämlich... Ziemlich bescheiden, ne? Ja, er hat auch gerade wieder die Karten gezogen. Wie ist das jetzt? Dennis ist er gerade auf 23 wieder hoch, aber... Katze, er ist hier vorne. Du musst in Deckung gehen. Er ist hier vorne gespawnt. Wow. Hier oben passiert gerade gar nichts. Er ist hier vorne in der... Ich glaube er ist oben. Ja, er ist genau überhalb der Lobby. Ich Gänsehaut von dem Gesang, ey. Kommt runter. Jetzt in der Eingangshalle gleich. Geht wieder zurück. Geht wieder nach oben. Alles klar. Das müsste ich mir gleich mal erklären, warum er jetzt hier vorne gespawnt ist. Das verstehe ich nicht. Kein... Kein... Kein Buch. Kann ich mich was? Randaliert auch nicht. Er ist relativ ruhig. Die, äh... Die Props sind nicht weit geflogen. Weinst du Mäuschen? Ja. Fand hoch? Ja. Ihr lasst mich hier zurück? Das ist frech. Der wär schon drin. Ha! Wer hat mich denn gerade wieder reingeschickt bis an den Arsch der Heide? Sehr gut, Kinder. Sehr gut. Stolz auf euch. Und jetzt bis zum nächsten Mal.